weiter geht's ich habe ein bisschen angst der pferd wir gucken mal das boot zurückholen von dieser afran glaube ich geht schon los geht schon los ja damit er die windscheibe was man war es berechnet spätestens jetzt wäre sie draußen und alle anderen scheiben auch ein bisschen frische luft alter erst mal scheiße frische luft scheiben waren ähnlich kugelsicherer seite uns jetzt auch nicht weiter geholfen ja jetzt müssen wir da lang wo ich zum letzten mal lang wollte links back on track auf geht's wie sie sie ja da steht heute schießt euch auf uns ich habe mich um fährt nach so wir mussten dahin wo die standen ja dann habe ich mal hier das war noch 350 meter wahrscheinlich wollte er der gesamte weg ist das war eine straße vielleicht davor ja wir mussten da irgendwo rein na ich gehe trotzdem eben dahin und hier lebt keiner mehr ja kannst fahren soviel dazu was werde ich denn hier sachen nenne ich torschutzgebiet da laufen ein paar touristen rum auf hier ja 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 j:"sauw?", j:"ssawk, j:"ssewt, du k." j:"ssewt, du k." tschüss könnte ein bisschen problematisch werden ohne schuss er steht hinter dir das stand hinter dir ja ich bin da respawn also bist gestorben ja ich bin hoch zu leben war in zentro quasi hinter dir hinter dir ist tot bei mir stand auch noch einer schießt auch ausgeracht da irgendwo da ist noch einer hört sich nicht so gut gefallen hätte als ich mich bequert haben also meine fresse ist das eine scheiß schwammige steuerung jetzt damit sollte ich noch treffen weiß ihr werdet auch noch mehr vor einer rum sind auch jede menge auch einmal ganz kurz für stück hier alle anrennen und einfach ummetzeln holzknüppel genagelt muss man vielleicht was zum heilen kriegen irgendwie ich habe ich die geschuld kennen doch da hochhängig ist auch energy drinks das noch einer denen ich gesehen ja bleibt doch in doch da die scheiß treppe hoch du idiot ist noch so eine scheiß treppe wurde nicht ja geil ist an der treppe geht ja nicht drüber gleichzeitig getroffen ja mal so links rechts links rechts vor am dance gewesen oh mann ey kurz hier reparieren das ist ganz komisch ziemlich komisch ziemlich scheiß wie war das denn noch mal maus ziehen die man hier ja maus vor und zurück irgendwie ja aber im richtigen moment irgendwie nach vorne drücken ja geil du musst da rein bis direkt geschlossen auch hier ist immer die drink da kannst du sehen da ist noch eine ich bin vor die Du bist tot! Wo auch nicht, tippt ihr gleich Pitch, auch deine Maus ist neuer und vor einer weggeschmetzelt. So, ich schieße schon wieder irgendwo was. Zwei Stück. Dann kommen die nächsten. Ich schieße ein bisschen Obst. Hier gibt's Energy Drinks. Hast du dir auch nur so gedacht, dass du dich verstecken kannst, ne? Ich lach da mehr drüber als ich sollte. Danke. Vorsichtig mit diesen roten... Maxine. Nachladen sollte man schon. Ne, der. Johann Kanada, Junge. Boah, unfair, würde ich mal sagen. Töte Afran. Ja, dann töte Afran. Warte mal kurz. Damit gefunden. Hat er schon ausgerüstet. Sehr gut. Das, was du nämlich kannst. Ne, das klingt doch. Doch. Tschüss. Ha, ha, ha. Ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Gotcha. zwei stück sind irgendwo aber aber da kommen wir jetzt zu dem baut wasser 2 2 die tür aufmachen kommt auch nicht durchs wasser kundlein aufgadet aufgadet ab zum worf Guten Job, Freunde. Ja. Das ist doch mal keine Hauptquest, oder? Doch, Moan ist Hauptquest. Warte, nur eins. Nehmen wir mal jetzt. Ja. Der Sumpf ist hier für dich. Ja, den sollten wir noch ein bisschen erhöhen. Nicht loot. Ausweis, okay. Ja. 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 natürlich will ich dahin ich sehe jetzt so wir hatten gerade ein boot eine insel zu verlassen ich wollte gerade loben dass kollege mohen wenigstens mal rennt aber nein jetzt ich weiß ich bring dich dahin geh dahin ich warte hier ja ja der schnellreisepunkt war noch nicht tot es geht auf ausdauer achten zwei köpfe mit einem schlag abgehauen warte ich bring gas mit ach gott ist man langsam damit vergiss ich bin kein gas mit es ist nicht los es ist auch noch eine Moin Cola Cola mehr Cola Ja Hallo Dieser Ort gehört jetzt uns Können Sie bitte unser Grundstück verlassen Au 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 Schmarr Bleib mich mal an Kollege, weißt du Vandalen hier Ja Mal hier zuckt noch mal gesehen Meine Waffe ist schon eher geput Schaden Du 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 Mal liegen Doof Bauplan Bloody Mary Mod Feier Ja mhm na 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 Hügel mit Joel Dirt Lichtwehr verkaufen nicht verkaufen da passt man so sehr gerne probieren die Möglichkeit zu dieser Werbung zu kommen keine Ahnung ich hab jetzt erstmal geguckt wegen der Quest ja ich habe die Blut von vielen Natives zu dieser Infection und es scheint zu sein ein Virus aber es mutiert so schnell es nicht möglich zu klasse wenn Sie nicht mehr ich nehme ein Sample von Ihnen in diesem Fall bitte line up wm o mit der die 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 Im Moment, vielleicht könntest du hier ein bisschen helfen? Ich bin stärker. Oh, Schott, Aufzeichnung. Ja gut, aber dann würde ich sagen, ein bisschen was geschafft wieder, ne? Und wir warten mal, dass der hier fertig forscht und das dauert ungefähr eine Woche. So, naja, bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.